Was hier zählt, ist alles zu säubern, alles zu töten. Für diesen monströsen Stausee, um diese schmutzige, mörderische Energie zu produzieren. Auf Kosten der indigenen Völker, des Waldes und des Flusses Schingu. Wir überfliegen den Amazonas-Urwald. Hier in Brasilien entsteht der drittgrößte Staudamm der Welt, Belo Monte. Und weitere Mega-Staudämme sind geplant, mit unübersehbaren Folgen. Januar 2016. Wir sind unterwegs auf dem Schingu, einem der großen Nebenflüsse des Amazonas. Unser Ziel, eine von zwei Staumauern des Mega-Staudamms Belo Monte. Wir begleiten Antonia und Elena von der lokalen Protestbewegung Schingu Vivo. Sie berichten, dass der Schingu seit November 2015 aufgestaut wird, ohne abschließende Umweltgutachten und mit drastischen Folgen. Fische treiben Bäuchlings im Wasser, verenden. Seit der einst reißende Schingu zu einem stillen See aufgestaut wird, fehlt ihnen Sauerstoff. Das wollen wir dokumentieren. Doch der Kraftwerksbetreiber Nordsche Energia hat einen Überwachungshubschrauber entsandt. Denn jedes Boot, das sich der Staustufe nähert, macht sich verdächtig. Um keinen Ärger zu bekommen, drehen wir bei. Provinzhauptstadt Altamira. Überall wird gebaut, um die steigenden Fluten des Schingu im Zaun zu halten. Trotzdem wird ein Drittel der Stadt im künftigen Stausee versinken. Wir sind auf dem Weg zum Betreiberkonsortium Nordsche Energia. Bei der Flutung soll es massiv gegen Auflagen verstoßen haben. Deswegen soll jetzt ein Baustopp verhängt worden sein. Doch Nordsche Energia gibt uns dazu kein Interview. Also fahren wir unverrichteter Dinge zurück. Überall wird weitergebaut. Von einem Baustopp nichts zu sehen. Wir fragen nach. Staatsanwältin Santini hat den Baustopp bei Gericht eingereicht, weil sich Nordsche Energia nicht an Auflagen hält. Auch nicht an frühere Entscheidungen des Gerichts. Bei der aktuellen richterlichen Entscheidung zum Stopp der Flutung geht es nicht nur darum, dass Auflagen nicht erfüllt wurden. Wir erleben heute bei Bellumonschi nicht nur eine Missachtung von Auflagen und Genehmigungsverfahren, sondern eine Missachtung bereits getroffener richterlicher Entscheidungen. Sie werden einfach nicht erfüllt. Wir fahren ins Indigenendorf Moratu, das langsam zur Steinwüste wird. Denn das Wasser des Xingu wird hier für Bellumonschi abgezweigt. Ein Desaster für Bell und ihren Vater Augustino. Denn bisher haben sie vom Fischfang gelebt. Den Paku gibt es hier jetzt nicht mehr. Denn die haben sich von den Früchten der Bäume ernährt. Hier gab es viele Früchte. Jetzt ist alles ausgetrocknet. Und wenn du mal einen Fisch fängst, ist der ganz mager. Schon jetzt zieht sich der Xingu zurück. Dabei soll noch weit mehr Wasser abgezweigt werden für Bellumonschi. Doch bisher hat das ganze Dorf mit und vom Fluss gelebt. Wie soll es da weitergehen, hier im Indigenendorf Moratu? Wir waren elf Geschwister. Unser Vater hat uns ohne Probleme aufgezogen. Denn die Natur hat alles Nötige zur Verfügung gestellt. Das hat dieser Ort hier ermöglicht. Heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen für meine vier Kinder. Seit Bellumonschi. Ich muss deren Zukunft jetzt planen als Nichtindigene. Damit sie studieren, um später eine Arbeit zu finden. Denn dieser Ort liefert nicht mehr das Nötige zum Überleben. Hier wird alles immer nur schlimmer. Zurzeit erleben wir eine extreme Krise. Stechmücken, Tag und Nacht. Das verdanken sie Bellumonschi. Denn der Xingu verwandelt sich in ein stehendes Gewässer. Eine ideale Brutstätte für Mücken. Aus der Luft verstehen wir, wie aussichtslos die Lage von Moratu ist. Denn das Wasser des Xingu wird umgeleitet in einen Kanal für Bellumonschi. Den drittgrößten Staudamm der Welt. Bis zu 11.000 Megawatt Strom im Jahr soll er liefern, das größte Bauprojekt Brasiliens. Am nächsten Tag sind wir unterwegs mit Don Erwin Kreutler, dem katholischen Bischof von Altamira. Seit Jahrzehnten kämpft er gegen Bellumonschi. Da war der Megastau dann noch ein Projekt der Militärregierung. Jetzt ist er Realität, zum Leidwesen des Bischofs, erbaut von einer linken Regierung. Wir haben keine einzige offizielle Information. Alles wird wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Wir fragen und bekommen keine Antwort. Bellumonschi ist eine Entscheidung, die keiner umstoßen kann. Rückblende. Präsidentschaftswahlkampf 2014. Präsidentin Dilma Rousseff besucht Bellumonschi. Ihr Vorzeigeprojekt schlechthin. Symbol für Wachstum und Wohlstand. Wäre dann nur nicht Paolo Roberto, Manager beim halbstaatlichen Erdölkonzern. Denn der lässt eine Bombe platzen. Den Petrobras-Skandal. Führende Manager der großen Baukonzerne und hochrangige Politiker werden verhaftet, da sie den Staat um Milliarden betrogen haben mit gefälschten Rechnungen bei Großprojekten. Und so die Wahlkämpfe der Parteien finanziert haben sollen, auch bei Bellumonschi. Der eigentliche Grund für den rasanten Ausbau der Wasserkraft, wie Kritiker finden. Es geht nicht darum, wie man Energie erzeugt, ob aus Sonne oder aus Wasserkraft. Es geht um die Absprachen, die man mit den großen Baufirmen getroffen hat. Wir fliegen nach Rio de Janeiro. Dort wird überall gebaut für die Olympischen Sommerspiele im August 2016. Neue Brücken, Stadien von eben den korrupten Baukonzernen, die tief im Petrobras-Sumpf stecken. Ein undurchschaubares Geflecht und über allem der Verdacht der Korruption. Ein weiterer Neubau zur Olympiade, das Museum der Zukunft mit beweglichen Solarzellen. Die zeigen, dass auch in Brasilien die Zukunft der Solarenergie gehören könnte. In einem Land, das jedoch bis heute einseitig auf große Wasserkraftwerke setzt. Mitverantwortlich dafür Mauricio Tolmachim, oberster Energieplaner Brasiliens und enger Vertrauter von Präsidentin Rossell. Brasilien wird im Amazonasgebiet nur noch Wasserkraftwerke bauen, die nicht die Umwelt schädigen. Und wir werden nur einen Teil unseres Wasserkraftpotenzials nutzen. Wir nutzen zurzeit nur ein Drittel unseres Potenzials. Ein weiteres Drittel werden wir erschließen. Das restliche Drittel nicht. Das Kriterium wird dabei sein, dass neue Wasserkraftwerke keinen Regenwald zerstören. Alle Wasserkraftwerke verursachen Umweltschäden. Das ist doch absurd, wenn er in seiner Position dies bestreitet. In Brasilien heißt es, einer, der so redet, will den Stier zum Einschlafen bringen. Zurück in Altamira. Wir haben uns mit Antonia Melo vom Bürgerbündnis Shingo Vivo verabredet. Sie will uns zeigen, wo ihr Haus stand. Ein schönes Ziegelhaus mit einem verwunschenen Garten. 35 Jahre hat sie darin gelebt. Jetzt ist alles platt gewalzt, wegen Belomonschi. Ein Schicksal, das sie mit 40.000 Menschen am Shingo teilt. Wenn du dein Heim aufgeben musst. Das neue Haus kann das beste der Welt sein. Doch nichts ist mehr wie früher. Diese Projekte sind sehr gewalttätig. Sie versuchen, die Menschen klein zu kriegen. Ihre Identität zu zerstören. Deswegen musst du versuchen, stark zu bleiben, weiterzukämpfen, um deine Identität nicht zu verlieren. um diese Identität nicht zu verlieren. Am nächsten Tag sind wir in einem der tiefer liegenden Stadtviertel Altamiras unterwegs. 400 Familien leben hier, massiv durch die Flutung des Shingo bedroht. Schon ein einziger Regen setzt hier alles unter Wasser. Das Wasser kommt bis hierher? Ja. Bis hierher. Wann war das? Das war vorgestern. Und der Stau da macht es noch schlimmer. Wie könnt ihr hier weiter wohnen? Das liegt bei Norte Energía. Die haben hier alles dokumentiert, uns aber nicht umgesiedelt. Auch den Plastikmüll spült der Regen hier an. All dies hat der Journalist Magno Rabello vielfach dokumentiert und die unhaltbaren Lebensumstände der Bewohner. und dass sie nur noch hier weg wollen. Wir haben schon zahlreiche Artikel in unserer Zeitung veröffentlicht. Doch Norte Energía lässt das vollkommen kalt. Die interessiert nicht, wie die Menschen hier leben. Da kann man nur sagen, die haben kein Herz. Inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Doch der Xingu steigt und die Gefahr. Hier gibt es eine riesige Schlange. Sie war schon zweimal hier und hat die Katze gefressen. Wir haben die Feuerwehr gerufen, da war sie schon weg. Doch ein Junge hat sie gefilmt. Sie ist zehn bis zwölf Meter lang, eine wahre Riesenschlange. Wenn ich jetzt auf Arbeit bin, habe ich immer Angst um die Kinder zu Hause. Doch was soll ich machen? Am nächsten Tag erreicht uns eine Nachricht. Ein oberster Bundesrichter hat den Baustopp für Belomonschi für nichtig erklärt, gemäß eines Verfahrens aus Zeiten der Militärdiktatur. Doch es geht auch anders, wie die Verhaftung von Marcelo Odebrecht zeigt, Chef des größten Baukonzerns. Beim Korruptionsskandal Petrobras hat er eine zentrale Rolle gespielt, gemeinsam mit hochrangigen Politikern wie dem einstigen Kabinettschef von Präsident Lula. Das hat der Richter Sergio Moro aufgedeckt und die Angeklagten zu hohen Strafen verurteilt. Inzwischen eine Art Nationalheld hat er auch den ehemaligen Präsidenten vorgeladen. Doch Lula bestreitet, von den Korruptionspraktiken gewusst zu haben, genauso wie seine Nachfolgerin. Ob sich sowas ändert? Oder bleibt das System intakt, auch bei Belomonschi? Wir machen weiter, bis die nächste Bombe platzt. Das ist ein Netzwerk, ein Komplott gegen die Umwelt. Ich hoffe, dass die was kapieren. Aber ich kann nicht bestätigen, dass Belomonschi jetzt für die eine Lektion ist, künftig was zu ändern. Wir hoffen das. Und in diesem Sinne werden wir weiter kämpfen. Wenn wir schon nicht Belomonschi verhindern konnten, vielleicht gelingt es uns wenigstens, São Luís do Tapajós zu verhindern. Rückblende, São Luís, am Amazonasfluss Tapajós. Hier will die brasilianische Regierung sieben weitere Großstaudämme errichten. Dagegen demonstrieren im Dezember 2014 hunderte Indigene vom Stamm der Munduruku. Unterstützt von Greenpeace und der katholischen Kirche und Bischof Kreutler. Ich komme aus Altamira. Ich weiß, wovon ich rede. Die Völker vom Tapajós und Tsingu werden diesen Großprojekten unterworfen, mit fürchterlichen Konsequenzen. Und häufig bedeutet es das Ende dieser Völker, sowohl das physische als auch das kulturelle Ende. Auf der Protestversammlung erinnert auch Staatsanwalt Felicio Pontes an die Missachtung indigener Verfassungsrechte, bereits bei den Vorstudien zum Bau der Großstaudämme am Tapajós. Kein einziger Mitarbeiter dieser Studien hätte dieses indigene Gebiet betreten dürfen, ohne vorherige Konsultation. Das heißt, die Entscheidung in 2011, hier ein Wasserkraftwerk zu errichten, wurde getroffen, ohne das Konsultationsrecht der Indigenen zu respektieren. Vom Tapajós geht die Reise an den Main, nach Deutschland. Hier in Würzburg feiert das katholische Hilfswerk Miserior im Februar 2016 seine jährliche Fastenaktion, diesmal gemeinsam mit Kirchen aus Brasilien. Auch Bischof Kreutler ist angereist, denn im Zentrum des Gottesdienstes steht der Widerstand gegen weitere Großstaudämme am Tapajós und die Forderung, dass sich europäische Firmen nicht länger am Bau der Megastaudämme in Amazonien beteiligen. Dass solche Projekte auf dem Schweiß und dem Blut anderer Menschen erstellt werden, daran denkt kein Mensch. Und da hat die Kirche die Aufgabe, die Aufgabe zu sagen, so geht es nicht. Und das sind Menschen, die berücksichtigt werden, die respektiert werden müssen. Das sind Rechte, die mit Füßen getreten werden. Und da können wir als europäische Firma nicht einfach sagen, das geht uns nicht an. Rückblende, Siemens Pressekonferenz Januar 2014. Siemens-Chef Käser und sein Finanzvorstand haben sich noch nie mit Kritikern wie Bischof Kreutler getroffen, obwohl sie Turbinen für Belo Monchi liefern. Für sie zählt nur das Geschäft. Paris, Dezember 2015. Anklage gegen die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff und internationale Konzerne. Deswegen ist Antonia Melu vom Chingu hierher gekommen, um vor dem Tribunal für die Rechte der Natur auszusagen. Gegen die Präsidentin. Für die Verletzung von Menschen- und Umweltrechten bei Projekten wie Belo Monchi gibt es Verantwortliche. Wir wollen sie hier als Angeklagte vor diesem Tribunal sehen, damit sie endlich bestraft werden. Auch Vertreter der Munduru-Kuh sind gekommen und der legendäre Häuptling Raoni. Die Regierung tötet unseren Fluss, unseren Wald. Doch ohne diesen Wald können wir indigenen Völker nicht leben. Deswegen verteidigen wir unser Land, unsere Mutter Erde. Denn sie garantiert das Überleben zukünftiger Generationen. Wir haben uns verbündet. Wir vom Chingu und den anderen Flüssen, die aufgestaut werden sollen. Gegen die Regierung. Schengu und Tabajoys. Wir sind eine starke Allianz, die siegen wird. Gemeinsam unterzeichnen sie eine Erklärung, dass man Mutter Erde verteidigen wird. Zusammen mit den Munduru-Kuh vom Tabajoys. Gegen ein Wirtschaftssystem, das die Grundlagen des Lebens zerstört. Daher müssen wir weg vom Industriellen hin zu einem ganzheitlichen Weltverständnis, sagen sie. Und dieser Prozess beginnt im Kopf. Und er wird zu einer Massenbewegung werden. Wichtig ist, dass dieser Prozess nicht zum Stillstand kommt. Das ist kein Zehn-Meter-Lauf, das ist ein Marathon. Wird die brasilianische Regierung ihre Energiepolitik ändern? Wir werden die brasilianische Regierung ändern. Das wird leichter sein, als die Energiepolitik unseres Landes zu ändern. Rückblende. Brasilia, August 2013. Beim Confederations Cup kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen. Aufstand gegen Korruption und Bereicherung bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Die größten Massenproteste seit Jahrzehnten. Millionen auf der Straße. Auch das Zentrum der Macht, der Kongress, wird besetzt. Drei Jahre später, März 2016. Die Brasilianer sind erneut auf der Straße. Der Petrobras-Skandal bringt die Menschen auf. Systematische Korruption, während das Gesundheits- und Erziehungssystem verfällt. Mai 2016. Präsidentin Dilma Rousseff wird vom Senat im Rahmen eines Impeachments von ihrem Amt suspendiert. Zunächst für sechs Monate. Die junge brasilianische Demokratie wird durch einen Staatsstreich erschüttert. Die Präsidentin als Bauernopfer einer korrupten Elite und der bisherige Koalitionspartner übernimmt die Macht. Vizepräsident Michel Temer von der PMDB wird neuer Übergangspräsident. Mein erstes Wort an das brasilianische Volk heißt Vertrauen. Vertrauen in die Werte, die unseren Charakter ausmachen. In die Vitalität unserer Demokratie. Amtsantritt eines wahren Gruselkabinetts. Mit einem Übergangspräsidenten unter Korruptionsverdacht und einem der größten Sojaproduzenten Brasiliens als neuem Landwirtschaftsminister. Neue Sojaplantagen und Wasserkraftwerke in Amazonien stehen da wohl auf der Tagesordnung. Währenddessen neigt sich der Countdown am Xingu seinem Ende zu. Belomonschi wird bald endgültig fertiggestellt sein. Doch der Kampf gegen die Zerstörung des Amazonas-Urwaldes geht weiter und er braucht weltweite Unterstützung. Wer all diese todbringenden Projekte bekämpfen wird, das sind die vereinten Völker unseres Planeten. Denn es kann nicht sein, dass man die Menschheit, den ganzen Planeten, das Leben zerstört, nur damit sich einige Kriminelle bereichern. Die Welt der Welt der Welt. Musik Am Fluss Xingu, ein Wasserkraftwerk für Brasilien, erbaut von Brasilianern. 11.233 Megawatt maximale Leistung, 4.571 Megawatt mittlere Leistung, Energie für 60 Millionen. Das Wasserkraftwerk Belomonschi. In einem offiziellen Video zur Einweihung von Belomonschi wird der Bau des Megastaudamms gefeiert als nationale Großtat, die den Fortschritt bringt. Geschnitten im Takt der brasilianischen Nationalhymne. Eine Erfolgsgeschichte, nicht erzählt von uns, sondern vom Kraftwerksbetreiber Nördsche Energia. Wie heil man die Welt doch darstellen kann, diese eine Welt, die wir nur haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017